Es brennt, es brennt. Die Universitätsbibliothek von Sarajevo wurde im August 1992 durch die serbischen Belagerer gezielt in Flammen geschossen. Von dem einstigen Rathaus aus haben Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie am 28. Juni 1914 ihre letzte Fahrt angetreten. Es war der Anfang vom Ende der alten Welt. Es war ein Sonntag und wir haben draußen im Garten gegessen. Und da ist plötzlich ein Dehner heraufgekommen vom Haus mit einem Telegramm. Und ich habe Telegramme immer sehr ungern gehabt und daher war es mir nicht angenehm. Aber der Kaiser hat gesagt, oh was, das ist irgendein Telegramm von Verwandten oder Bekannten, die uns einladen oder so etwas. Und dann hat er es aufgemacht und ist also ganz blass geworden, schneeweiß im Gesicht. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, was ist passiert? Ich hatte zuerst gar nicht sprechen können. Und dann hat er mir gezeigt, Romerskirche war die Unterschrift, das war dieser eine Herr, der beim Esserzug Franz Ferdinand hat. Und ich habe gesagt, ah, um Gottes Willen, was ist geschehen? Und der Onkel Franz und Tante Sophie sind umgebracht worden. Schlagzeilen, die die Welt veränderten. Ein Datum, das sich in die Geschichte brannte. Am 28. Juni 1914 erschoss in Sarajevo der 19-jährige bosnische Serbe Gavrilo Princip Österreich-Ungarns Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand Habsburg-Este und dessen Gemahlin Sophie, Herzogin von Hohenberg. Sie waren 51 und 46 Jahre alt. Die Ermordung des Thronfolgers war keine Heldentat, sondern ein feiger Terrorakt, denn Gavrilo Princip war damals genauso ein Terrorist wie jeder andere Terrorist, der Leute umbringt. Wenn man heute sieht, wie viele Attentate im Namen der nationalen Befreiung verübt werden und wie viele Gruppen auf diese Weise für ihre nationalen Rechte kämpfen, dann ist es kein Wunder, dass sie es damals auch so gemacht haben. Die Tat des armen Prinzips mag vielleicht sogar eine Einzeltat eines Mannes gewesen sein, der von seiner Sendung überzeugt war, aber Mord bleibt halt Mord und das ist das Unangenehme daran. Spuren, Zeichen, Reliquien. Das blutige Hemd Franz Ferdinands. Wie kam es zu den Wiener Jesuiten? Einer ihrer Ordensbrüder, Pater Anton Puntigam, wollte nach dem Attentat in Sarajevo eine Gedenkstätte einrichten und erhielt dafür vom Hof diese makabren Erinnerungsstücke. Eine der Waffen trägt die Seriennummer 19074 und es wird davon ausgegangen, dass diese Waffe mit hoher Wahrscheinlichkeit die Waffe des Attentäters ist, mit der Erzizog Franz Ferdinand und seine Gemahlin erschossen worden sind. Im Besitz der Jesuiten befindet sich weiters eine Rose, die die Herzogin von Hodenberg am Tag ihrer Ermordung am Gürtel getragen hat und die dann auch mit dem Blut der beiden Ermordeten bespritzt worden ist. Und das ist das Kleid, das sie damals trug, mit dem winzigen Einschussloch knapp über der Scherpe. Weiters die tödliche Kugel, ein blutiges Handtuch, das Sophie neben sich im Auto liegen hatte, das Unterhemd des Thronfolgers und die Orden, die er am Unglückstag trug, all das wird auf Schloss Konopisch, den Böhmen, bewahrt und ausgestellt. Die bekanntesten Ikonen der Tragödie sind der blutige Waffenrock des Thronfolgers vor dem Sofa, auf dem er gestorben ist und das Automobil der Todesfahrt im Wiener Heeresgeschichtlich-Museum. Und am Tatort in Sarajevo? Die roten Markierungen in den Straßen sind heutig, sie gemahnen an andere Tote. Überall an diesen Stellen sind während der Belagerung Menschen im Feuer der serbischen Scharfschützen und Artillerie gefallen. Vor dem Krieg dienten banalere Todesspuren im Asphalt als Touristenattraktion, die Fußabdrücke Gavrilo Prinzips. Hier stand er, als er die beiden tödlichen Schüsse abgab. Das Museum dahinter feierte die Attentäter und ihren anti-habsburgischen Geheimbund Junges Bosnien. Heute kann niemand mehr die Schuhgröße des Doppelmörders probieren. Der Gehsteig ist nur noch Gehsteig und der Heldenkult um den Doppelmörder wich nüchterner Geschichtsbetrachtung. Das Denkmal für Franz Ferdinand und Sophie ist erst 1916 eingeweiht worden. Nach dem Ende der Monarchie landeten die Granitzsäulen auf Umwegen bei einem Steinmetz und das Medaillon mit den Porträts im Depot des Staatlichen Kunstmuseums. Und heute gibt es eine politische Debatte darüber, ob die Gedenkstätte in irgendeiner Form wieder errichtet werden soll. Ich kann so sagen, dass es zivilisatorisch gewesen wäre, dass dorthin ein Denkmal für Franz Ferdinand und Sophie steht und auch gegenüber ein Museum von Jungem Bosnien. Das ist unsere Geschichte. Wir können nicht die Geschichte verändern. Und wie leben die Nachkommen mit dieser Geschichte? Ich erinnere mich, ich habe mit meinem Vater oft darüber gesprochen. Er hat gesagt, eigentlich haben meine Eltern ein sehr glückliches Leben gehabt, zumindest 14 Jahre lang. Und sie haben das Glück gehabt, zusammen sterben zu können. Irgendwie hat er das so gesehen oder hat er sich vielleicht auch nur damit getröstet. Aber für uns war das irgendwie ein Modell einer Ehe und dass sie dann zusammen gestorben sind, fast ein Vorteil. Also die Kinder haben wirklich die innigste Zuwendung dieser Eltern gehabt, trotz dass auch die Eltern viel unterwegs waren. Aber sie haben sich sehr geborgen gefühlt. Und deshalb aber auch ist für uns in der Familie verständlich dieser ganz, ganz große Verlust, der sich dann wirklich auswirkt bis in die nächsten Generationen. Also man merkt dieses Gefühl des Verlustes, dieser Tragik. Man hat gespürt, dass wir eine große Rolle spielen. Und auch wenn er viel zu tun gehabt hat, Audienzen oder so, durften wir immer in einem Eckchen sitzen und spielen. Und auch abends ist er immer gekommen an unseren Betten und hat uns Gute Nacht gesagt und war eben ein liebender, guter Vater. Paradiesischer Schauplatz dieser Familienidylle war vor allem Konopischt, das Lieblingsschloss Franz Ferdinands, 60 Kilometer von Prag entfernt. In dieser 82-Zimmer-Wohnung richtete er sich fern von den Intrigen des Wiener Hofes eine eigene Welt ein, angefüllt mit Kunst- und Waffensammlungen und den unzähligen Trophäen einer viel kritisierten, fast krankhaften Jagdleidenschaft. An die 300.000 Stück Wild soll er erlegt haben. Man darf nicht vergessen, dass er als Traunfolger natürlich überall eingeladen war. Dass er sehr gut geschossen hat und das Schießen ihm vergnügen gemacht hat. Es gibt die Freude am guten Schuss. Dass das Eingeladensein immer am besten stammt, nicht klar? Weil wenn schon der Kaiser nicht kommt, dann wenigstens der Thronfolger, der wird schon ein paar Hasen schießen und so weiter. Was letztlich die Auslösung dieser fanatischen Schießleidenschaft war, müssen Sie wahrscheinlich einen Psychologen fragen, aber nicht mit. Ich weiß es nicht. In diesem überreich dekorierten Wartesaal eines Kaisers in Spee musste sich der Thronfolger in eine Zukunft hineinleben, die ihm nie beschieden war. Hier und im Wiener Belvedere entstanden die Konzepte und Pläne zur Rettung der Monarchie. Aber Franz Josef wollte nicht sterben. Ja, wie er als Herrscher geworden wäre, ist schwer zu sagen. Er war doch ein sehr apodiktischer, sehr absolutistisch denkender Mensch. Nicht sehr diplomatisch, etwas schroff. Ein erklärter Gegner der Ungarn. Also mit denen hätte es sicherlich Reibereien gegeben. Wir dürfen bei Franz Ferdinand nicht außer Acht lassen, dass er eine gespaltene Persönlichkeit ist. Seine mehrfachen Eingriffe bei Kriegsgefahr, wo er sich immer auf die Seite jener geschlagen hat, die für den Frieden gewesen sind und für die Lösung eines Konflikts mit unblutigen Mitteln, das war natürlich etwas, was sehr, sehr viel Hoffnungen geweckt hat. Das, was er sich in seinen Aufzeichnungen auch und in allen Stellungnahmen zu innenpolitischen Problemen zurechtgelegt hat, das hat manche sich erschaudern lassen. Es ist richtig, in ihm sowohl einen konservativen, nahezu reaktionären, als auch einen durchaus modernen Menschen zu sehen. Die Idee der Monarchie damals hatte eben einfach sehr viele Feinde. Und er war ein Mensch, der diese Monarchie hinüber retten wollte, über diese ungute Zeit hinüber. Und das ist halt nicht gelungen. Der älteste Sohn, Erzherzog Karl Ludwigs, hatte bis zum frühen Tode Kronpritz Rudolfs nie an eine Thronfolgerrolle gedacht. Und dann, während seiner schweren Lungenkrankheit, wurde er bei Hof beinahe schon abgeschrieben. Er überwand sein Leiden nach einem langen Ägyptenaufenthalt nicht nur durch die Kunst der Ärzte, sondern auch durch seine Liebe zu Sophie Kotteck. Zwar aus altem böhmischen Adel, war sie nur eine Gräfin und damit nicht standesgemäß für den künftigen Kaiser. Trotz aller Einwände seines Onkels Franz Josef, setzte Franz Ferdinand im Sommer 1900 die Heirat durch. Zuvor, es war auch ein 28. Juni, hatte er feierlich auf alle Thron- und Erbansprüche für seine Nachkommen verzichten müssen. Er ist diese Ehe sehr, sehr wissentlich und willentlich eingegangen. Er hat auch nicht vorgehabt, den Kaiser Franz Josef Bostun zu betrügen, weil die Gelöbnisse, die er abgelegt hat, die waren alle mit religiösen Formeln verbunden. Und für einen so tiefgläubigen Mann wie Franz Ferdinand wäre das undenkbar gewesen, dass er hier einen Bruch versucht. Dass es ihn gekränkt hat, das ist so. Und die ständigen Hinteransetzungen seiner Frau haben ihn gelegentlich zur Raserei getrieben. Daher waren viele seiner Entscheidungen von solchen Emotionen beeinflusst. Und er bewertete die meisten Menschen auch danach, wie sie sich seiner Gemahlin gegenüber verhielten. Seine persönliche Freundschaft mit dem Kaiser Wilhelm war eine Frage von Wilhelms A. Geschicklichkeit meiner Großmutter gegenüber und B. seiner Lauterkeit, die mein Großvater immer anerkannt hat. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er auch mit der deutschen Politik zusammengekracht wäre. Die Rosenblüte in Konopischs vielgerühmten Gärten war äußerer Anlass für den Besuch des deutschen Kaisers Mitte Juni 1914. Weil Wilhelm II. auch seinen Flottenchef Tirpitz mitgebracht hatte, entstand später die Legende, dass hier ein deutsch-österreichisches Kriegsbündnis geschmiedet worden war. Doch Franz Ferdinand hatte stets entschieden allen Kriegsplänen widersprochen. Vor allem einem Präventivschlag gegen Serbien. Und seine Bosnienreise war keineswegs als Herausforderung Belgrads gedacht. Es waren fast die gleichen nationalen und religiösen Gegensätze, die heute wie damals in Sarajevo und Bosnien-Herzegowina zu blutigen Tragödien führten. In dem Land leben und lebten Moslems, kroatische Katholiken, orthodoxe Serben und eine alte Judengemeinde in engster Nachbarschaft. 1878 stellte der Berliner Kongress die 500 Jahre lang türkischen Provinzen unter die Verwaltung Österreich-Ungarns. Die Besitznahme war erst nach härtesten Kämpfen mit muslimischen Insurgenten möglich. Die endgültige Annexion des Landes 1908 wurde von Serbien als feindlicher Akt angesehen. Wenn kamen die Österreich, die Muslimen, die Bosniaken, fielten, dass sie ihre Macht verloren haben. Und katholiken, Kroaten fielten Österreich als katholischer Staat, Zivilisation und so. Und die Serben waren politisch dagegen. Während sich die Muslims mit den neuen Herren arrangierten, wuchs der Widerstand unter der serbischen Bevölkerung. Gleichzeitig leisteten die Österreicher jedoch großartige Entwicklungsarbeit. Die Zeit der österreichischen und ungarischen Verwaltung war für moderne Entwicklung Bosnien-Herzegowina sehr wichtig. Die Muslims in Bosnien-Herzegowina sehen heute Franz Josef I. in einem positiven Licht. Und sie denken, dass es ihm unter österreich-ungarischen Zeit zu verdanken war, dass die Muslims den Weg in die moderne Welt gefunden haben. Es gab zivilisatorische Errungenschaften, Modernisierungsprozesse, Urbanisierung und so weiter und so fort. Die österreichisch-ungarische Herrschaft hat die Rechtsstaatlichkeit begründet. Aber die Herrschaft des Rechtes garantierte nicht unbedingt die Sicherheit des Herrschers. 1910 entschloss sich Kaiser Franz Josef, trotz großer Bedenken seiner Umgebung, wegen eines möglichen Attentates zu einem Besuch Bosnien-Herzegowinas. Und die Visite verlief ohne Zwischenfälle. Vier Jahre später nahm es dann der Thronfolger in vollem Bewusstsein der drohenden Gefahren auf sich, nach Sarajevo zu reisen. Dass er dafür ausgerechnet den allen serbischen Nationalisten heiligen St. Veits-Tag gewählt hatte, wurde in Wien viel zu wenig bedacht. Und er ist ja auch gewarnt worden. Das war der Großvater meiner Frau, der alte Fürst Ausberg. Er hat gesagt, ich muss ins BVD und ist also auch sofort empfangen worden. Und er hat gesagt, er will sich erlauben von dieser Reise abzuraten. Oder zumindest nur unter größter Vorsicht, weil das ist in groß eine sehr gefährliche Sache. Und da hat der Herr Zerzog ihm gesagt, Fürst Ausberg, ich bin Ihnen sehr dankbar, ich weiß, dass es gefährlich ist. Aber ich muss jetzt fahren, weil wenn ich nicht fahre, fahrt der alte Herr. Und das wäre noch ärger. Franz Ferdinand ist ja immer wieder mit diesen Drohungen konfrontiert worden und findet darauf eine einfache Antwort. Mein Leben ist in Gottes Hand. Es gibt zwar den sogenannten Basiszettel, wo also Notizen drauf, vom Ministerpräsidenten drauf waren, die auf das Attentat hinweisen. Ich weiß nicht, also Studenten, Pistolen, Bomben, man konnte ihn nehmen. Also der hätte da etwas schon gehört. Und daraus erklärt sich dann, dass ja bevor der Abreise des Thronfolgers, das serbische Gesandte hier in Wien warnt, er soll nicht hinunterreisen. Indirekt begann die Reise im märischen Groß Miseric. Schlossherr Franz Graf Harrach hatte als Mitglied des KKK-Freiwilligen Automobilchorps dem Thronfolger seinen Gräf und Stift für Sarajevo angeboten. Die Standesherren haben dem Kaiserhaus die Autos zur Verfügung gestellt. Und in diesem Zusammenhang ist dann mein Großvater mit seinem Auto bis nach Sarajevo gefahren und hat dann dort seine Dienste mit dem Auto zur Verfügung gestellt, dem RZ-Doktor und Volker Franz Ferdinand. Er ist von hier direkt bis nach Sarajevo gefahren mit dem Auto. Wie lange hat er gebraucht? Das wissen wir leider nicht, aber es wird ziemlich lang gewesen sein. Auch die bosnische Schmalspurbahn rüstete für den hohen Besuch. Einer der dafür auserwählten Lokomotivführer war Julius Jakob Brot. Die Großmutter hat mir erzählt, dass er sehr begeistert war, dass er die Fahrt aus Brot mit den wichtigen Gästen aus Wien übernehmen wird. Und da hat er eine sehr schöne Uniform mit den weißen Glaser-Handschuhen. Er hat die Maschine drei, vier Tage vorher so geputzt und alles war prima. Prima und er konnte mit den weißen Handschuhen, wenn ich nach der Fahrt, sie blieben ganz, ganz neu. Zu den Manövern, dem Anlass der Reise, fuhr Franz Ferdinand per Bahn von Illice nach dem 30 Kilometer entfernten Tarchin. Ins Gelände ging es dann hoch zu Ross. Die Gegend hat sich seit dem Kriegsspiel im Juni 1914 kaum verändert. Die Angreifer sind gekommen aus dem Raum Konitz, Jablanitz Amosta. Das ist also diese Richtung, knapp vor 50 Kilometern. Und vor uns ungefähr 10 Kilometer dieser strategische Übergang des Iban-Sattels. Und ob den Iban-Sattel wurde also dieser Vorstoß im Rahmen eines verzögerten Zurückgehens hier im Raum Tarchin im Verteidigungsbereich des 15. Korps zum Stehen gebracht. Das Kommando führte Feldzeugmeister Oskar Potjorek. Es wurde später das Manöver von serbischer Seite als Provokation aufgefasst im grenznahen Raum zu Montenegro und Serbien, wurde also geübt. Tatsache war, dass die Manöverannahme von österreichischer Seite einen Feindangriff aus der Adria Richtung Sarajevo sozusagen abgewehrt, dieser Feindangriff abgewehrt werden sollte und das war die eigentliche Annahme des Manövers und kein Vorstoßen Richtung Serbien oder Montenegro. Aus Belgrader Sicht stand der Thronfolger jedoch im Zentrum eines Bedrohungsszenariums. In Serbien hatte man den Eindruck, richtig oder falsch, dass die größte Bedrohung von Franz Ferdinand ausging und dass er hinter aggressiven Militäraktionen stand, die von Serbien als Bedrohung seiner Existenz betrachtet wurden. Und dieser Bosnienbesuch wurde ebenfalls als weiteres Anzeichen seiner Kriegslüsternheit und seiner Unterstützung einer aggressiven Politik des Imperiums in Bosnien-Herzegowina angesehen. Belgrad war damals Ziel vieler politisierter junger Serben aus Bosnien-Herzegowina. Für geplante Attentate auf den Thronfolger oder andere Repräsentanten der Habsburg-Monarchie wollten sie hier das Terrorhandwerk erlernen. Verstrickt in nationalistische Visionen träumten sie davon, ihre Heimat von der Fremdherrschaft zu befreien und alle Südslaven unter dem Dache Serbiens zu vereinen. In Belgrad blühten Verschwörungen aller Art. Und die Bosnier ließen sich vom Geheimdienstchef Oberst Dimitrijevic, genannt Apis, als willige Werkzeuge anwerben. Seine schwarze Hand steuerte mit Wissen des serbischen Generalstabes den Untergrundkampf gegen Österreich-Ungarn. Und die Studenten und Schüler aus Sarajevo waren Apis-Rekruten. Einer der entschlossensten unter ihnen hieß Gavrilo Princip. Eine Belgrader Straße trägt seinen Namen. Wegen Beteiligung an einer antiösterreichischen Demonstration war Princip aus Bosnien ausgewiesen worden. Er war ein Romantiker. Er wollte etwas für sein Volk tun. Ein armer Bursche, der von Bosnien nach Belgrad kam, um hier einen Beruf zu erlernen. Stattdessen geriet er durch eine Gruppe bosnischer Serben an einige niedrigere Armee-Offiziere, die ihm das Schießen beibrachten und den Umgang mit einem Revolver für einen bestimmten Zweck. Revolver, Bomben und Gift für den Selbstmord nach der Tat erhielten Princip und sein Freund Csabrinovic durch Milos Csiganovic, dem Verbindungsmann zu Apis. Auf Schleichwegen kehrten sie mit ihrem gefährlichen Gepäck nach Sarajevo zurück und warteten dort auf ihre Stunde, auf dem Besuch des Thronfolgers. Das Hotel Bosna in Bad Ilyce, dem eleganten Kuhort nahe der Stadt, war eigens dafür im bosnischen Folklore-Stil eingerichtet worden. Der jüngste Krieg hat das letzte Quartier Franz Ferdinands und Sophies jedoch arg hergenommen. Und das blieb von der Bahnstation, an der am 25. Juni die Herzogin von Hohenberg empfangen wurde. Wenige Stunden später traf der Erzherzog ein. Er war zuerst per Schiff über die Adria und dann ebenfalls per Bahn über Mostar angereist. Die Begrüßungsszene verrät einiges darüber, wie liebevoll Franz Ferdinand und Sophie in aller Offenheit miteinander umgingen. Es war ein letzter Blick auf ihr Privatleben. Trotz der langen Fahrt hatte der Erzherzog noch Lust auf einen inoffiziellen Stadtspaziergang, auf einen abendlichen Einkaufsbummel im orientalischen Marktgewimmel Sarajevos. In der Menge, die Franz Ferdinand hochleben ließ, stand auch ein schweigender Gavrilo-Prinzip mit der Pistole in der Tasche. Während der Thronfolger dann beim Manöver war, besuchte die Herzogin das Franziskanerkloster, Schulen, Kinderheime und so weiter. Am Abend des 27. Juni wieder vereint, wurde nach dem Dinner mit Landeschef Potjorik die Frage aufgeworfen, ob man nicht gleich abreisen und auf den offiziellen Sarajevo-Besuch am nächsten Morgen verzichten sollte. Der Erzherzog, der Heimweh nach seinen Kindern hatte, war schon dazu geneigt, das Programm umzustoßen. Aber Oberstleutnant Merizzi erhob Einspruch. Da kommt der Adjutant des Landesbefehlshabers ins Spiel, der sehr wohl damit argumentiert, dass der Landesbefehlshaber erstens einmal für alles vorgesorgt hat und dass es eine Kränkung bedeuten würde, die ja sicher nicht beabsichtigt sei. Am Morgen ging es also in eine Stadt, in der keinerlei außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden waren. Der Erzherzog wollte ja eigentlich gar nicht so hermetisch abgeriegelt werden. Und es war ein Sonntag, es war ja ein schöner Tag und man wollte ja eigentlich Sarajevo genießen. Die Bürger von Sarajevo, nicht? Sie waren begeistert, dass sie konnten begriessen. Und sie haben ihn auf einer Straße mit den kleinen Pfannen begriessen und es war ganz Sarajevo auf den Beinen. Auch Prinzip und seine Freunde. Gavrilo brach vom Haus Obregani-Straße 3 auf, wo er sich bei der Mutter eines Mitverschwörers eingemietet hatte. In der Konditorei Vlajnic in der Czumuria-Straße traf man sich zur Waffenverteilung. Czabrinović im Verhör. Nachdem ich drei Kuchen gegessen hatte, kam Prinzip und gab mir rasch die Bombe. Danach ließ sich Nedjelko Czabrinović noch in aller Ruhe fotografieren, um sein Bild der Nachwelt zu erhalten, wie er später bekannte. Die rechte Rocktasche ist von der Bombe ausgebeult. Die erste Station des Thronfolgers war das Filippowitsch-Lager, ein damals nagelneuer Militärkomplex. Die spätere Tito-Kaserne wurde 1992 hart umkämpft. Der Erzherzog genoss es, dass er hier, anders als beim strengen Wiener Protokoll, die Gemahlin an seiner Seite hatte. Neben ihr schritt Feldzeugmeister Potjorek im stolzen Bewusstsein, einen der größten Tage seiner Laufbahn zu erleben. Dass etwas passieren könnte oder irgendwelche Gefahren drohten, lag anscheinend nicht in seinem Vorstellungsbereich. So nahm das Unheil seinen Lauf. An diesem tragischen Tag am 28. Juni 1914, früh am Morgen, habe sich entlang diese Uferstraße, damals Apelke-Straße genannt, sechs, die ganze Verschwörergruppe, verteilt. Auf Position 1 von der österreichisch-ungarischen Bank stand der Mehmet Basic, der einzige Muslime, der sich retten konnte. Auf Position 2 stand Vaso Czubrilovic vor der höheren Mädchenschule. Ihn gegenüber stand der Attentäter Czubrilovic. Vor der Chumuria-Gasse stand der Attentäter 4, Cvetko Popovic. Auf Position 5 an der Lateinerbrücke stand Gavrilo Princip, der eigentliche Attentäter. Auf Position 6 vor dem Rathaus stand Trivko Grabelsch. Er hat später geäußert, dass er nicht schließen wollte. Die Attentäter sind so dicht gestanden, dass man eigentlich sagen muss, irgendjemand wäre, um es vulgär auszudrücken, zum Schuss gekommen, beziehungsweise irgendeine Handgranate hätte wahrscheinlich so verheerende Wirkung gehabt, dass es zumindest Schwerverletzte gegeben hätte. Außer dem Thronfolgerpaar saßen noch Feldzeugmeister Potjorek und Graf Harrach im Wagen und neben dessen Chauffeur Leuka der Hofkammerbüchsenspanner Schneiberg. Vor der K&K-Militärpost gab es den ersten Halt, weil der Herzogin ein Telegramm ihrer Kinder überreicht wurde. Die Menge am Keh jubelte und der Erzherzog erkundigte sich nach der neuen Prinz-Eugen-Kaserne in seinem Blickfeld. Inzwischen fragte Czabrinovic noch einen Polizisten nach dem Wagen des Thronfolgers. Und dann schlug er die Zündkapsel an einem Laternenpfahl ab. Er hat die Granate geworfen, die Granate prallte ab und rutschte etwa 15 Meter in der Gegenrichtung und explodierte vor dem vierten Wagen in der Kolonne und verlässte den Oberst Merizzi. Der wurde dann zum Militärspital transportiert. In diesem Augenblick sah ich, dass Ferdinand einen kalten und stechenden Blick auf mich warf, sagte der Attentäter später aus. Der Erzherzog rief, rasch weiterfahren und danach bemerkte er, so etwas habe ich mir immer erwartet. Und Czabrinovic? Ich warf mich auf den Boden, schob das Gift in den Mund und sprang in den Fluss. Doch einige beherzte Männer waren sofort hinter ihm her und ergriffen ihn. Statt nur noch an die Sicherheit zu denken und das Programm sofort abzubrechen, bewegte sich die Autokolonne zum Rathaus. Dort waren die örtlichen Honorationen aufgepflanzt und der Bürgermeister setzte hochbeglückten Herzens zu seiner Begrüßungsansprache an. Wütend schnitt ihm Franz Ferdinand das Wort ab. Das ist ja hübsch, da kommt man zu Besuch in diese Stadt und wird mit Bomben empfangen. So, jetzt fahren sie fort. Auf die Rede dankte der Thronfolger, abweichend von seinem von Blutspritzern befleckten Manuskript, noch für die jubelnden Ovationen der Bevölkerung, umso mehr, als ich darin den Ausdruck der Freude über das Missglücken des Attentates erblicke. Zum Schluss entbot er auf Serbo-Kroatisch den Bewohnern der schönen Landeshauptstadt Sarajevo seinen herzlichen Gruß und versicherte sie seiner unwandelbaren Huld und Gewogenheit. Drinnen im Rathaus bemerkte er sarkastisch, der Attentäter bekommt bei unseren Verhältnissen sicher noch das goldene Verdienstkreuz, ganz bestimmt wird er jedoch Hofrat. Und schließlich, ich glaube, heute werden wir noch ein paar Kugeln bekommen. Daraufhin versicherte ihm Potjorek, dass er mit keinem weiteren Attentat rechne. Das Unglück wollte es, dass der Merizzi verletzt war, im Spital war und dass der Zeitzug ihn unbedingt besuchen wollte. Und hier hat seine Umgebung versagt, meiner Ansicht nach, weil man hätte damals sagen müssen, die ganze Stadt ist voller Attentäter, sie können jetzt nicht hier durchfahren. Wir wissen aus der familiären Geschichte, dass man hätte eventuell die Urgroßmutter daran hindern können, nochmal aus dem Rathaus herauszugehen, hätte man sie eventuell auf die Kinder oder an die Kinder erinnert. Das ist in meiner Familie diskutiert worden. Franz Ferdinand wollte seine Frau sofort nach Elytsche bringen lassen. Sophie weigerte sich jedoch. Solange der Erzherzog sich heute in der Öffentlichkeit zeigt, verlasse ich ihn nicht. In einem eher heillosen Durcheinander wurde eine neue Route über den Appelkeh festgelegt. Graf Harach stellte sich auf das Trittbrett des Autos, um den Trondfolger mit seinem Körper zu schützen. Er hat eigentlich sehr wenig erzählt, er war immer nur sehr traurig, dass er am falschen Trittbett gestanden hat. Er war überzeugt, dass er nie, dass die Mörder sicher nicht auf ihn schießen werden. Und er hat sich erst einmal auf einem Trittbett auf einer Seite gestanden und dann auf die andere Seite. Das war für ihn das Einzige, was er immer sehr bereut hat. Weil die Chauffeure nicht genau wussten, wohin es wirklich ging, bog das erste Fahrzeug wie ursprünglich vorgesehen bei der Schiller-Ecke in die Franz-Josef-Straße ein und die anderen folgten. Auf diesem letzten Foto des Trondfolgerwagens schwenkten die Vorderräder schon nach rechts ein. Und Potjorek rief aufgeregt, halt, was ist denn das, wir fahren ja falsch. Die Tatsache ist folgendes, dass also der erste Wagen mit dem Polizeichef in die Franz-Josef-Gasse gefahren ist, dann festgestellt, dass man sie verfahren hat. Gestoppt und es begann ein Umlenkmanöver. Und dann, dass auch noch dieses Auto in die verkehrte Richtung fährt, reversiert, umdreht, man weiß ja, wie das die Autos damals waren, nicht wahr? Und direkt vor die Pistole von dem Unglücksprinzip. Also er konnte sich in Ruhe anstellen und in Ruhe schießen. Also auf den stehenden Wagen, auf die Gäste im stehenden Wagen. Laut allen Berichten soll der Wagen schon eine Minute vor den tragischen Schüssen da gestanden haben. Prinzip dazu beim ersten Verhör. Als das zweite Automobil angefahren kam, erkannte ich in diesem den Thronfolger. Da ich aber sah, dass neben ihm eine Dame saß, dachte ich einem Moment nach, ob ich schießen solle oder nicht. Im selben Moment überkam ich ein sonderbares Gefühl und ich zielte vom Trottoir auf den Thronfolger, was mir umso leichter war, als das Automobil bei der Biegung langsam fuhr. Wohin ich in diesem Moment gezielt habe, weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich zweimal geschossen habe, vielleicht auch mehrere Male, weil ich sehr aufgeregt war. Ob ich die Opfer getroffen habe oder nicht, kann ich nicht sagen, weil mich im selben Moment die Leute zu schlagen begannen. Bis heute steht dieses Foto in vielen Büchern für die Verhaftung des Mörders. Es handelt sich jedoch lediglich um einen unbeteiligten jungen Mann, der in der allgemeinen Verwirrung ebenfalls festgenommen worden war. Der erste Schuss traf sie. Der Schuss ging hier links tief durch die Bordwand und musste also zwangsläufig die Ehefrau des Thronfolgers treffen. Erst der zweite Schuss traf den Thronfolger. Der ein Schuss des Todesschusses ist unter der rechten Kragenseite, unter den drei Sternen auf der rechten Seite. Da haben wir ein kleines Lückerl. Hier ging die Kugel dann unter dem Kragen durch, in den Hals, zerriss die Halsschlagader und das Blut spritzte jetzt in den Kragen hinein. Da hat mein Großvater ihm die Uniform abgewischt, damit er keine Blutflecken hat drauf. Aber dann hat er gemerkt, dass das nicht Bluttropfen der Erzogin waren, sondern Bluttropfen schon direkt. Deswegen hat er dann dieses Taschentopf auch bewahrt, weil das die ersten Bluttropfen eigentlich zweier großen Weltkriege sind. Jetzt dirigierte Potjorik das Auto sofort zum Konak seiner Residenz. Ein junger Maler, Hauptmann Ludwig Hesseimer, der dem Erzherzog eine Bosnienmappe überreichen wollte, stand beim Eingang. Die Wagen hielten vor der Treppe. In dem einen saßen zusammengesunken zwei Blutbefleckte Gestalten. Die Sterbenden wurden herausgehoben. Die Mappe unter den Arm geklemmt half auch ich, zusammen mit Graf Harrach. Man schleppte die schweren Körper hinein, bettete sie in den inneren Räumen. Und dann starrte ich mit einigen ebenso fassungslosen Offizieren, verstört über die breite Treppe zu den geschlossenen Türen hinauf. Dabei presste ich noch immer meine Mappe an die Brust. Auf dem Einband waren Blutflecken. Der Trunkfolger starb auf dem Diwan im Potjoriks Arbeitszimmer, Sophie in seinem Schlafzimmer. Nachdem die Ärzte nur noch den Tod der beiden feststellen konnten, wurden die ersten Telegramme mit der Schreckensnachricht nach Wien und Ischl entsandt. Weil keine Zeit war, einen Professor aus Wien zu holen, erhielt der junge Gerichtsmediziner, Dr. Paul Kaunitz, eine historische Mission. Er wurde ins Militärspital gerufen und er wurde gefragt, ob er Franz Ferdinand und seine Frau konservieren könnte. Er musste alles vorbereiten und um 10 Uhr am Abend ist er dann mit seinem Kollegen, seinem jüngeren Kollegen, dem Dr. Pollack und dem Prosekturdiener Hecht, ist er in den Konak gerufen worden, gebracht worden, so hat er es uns erzählt. Und die ganze Nacht hindurch ist gearbeitet worden. Dabei musste das Blut aus den Adern entfernt werden, zuerst die Todesursache nicht wahr festgestellt werden. Und dann musste eben irgendeine Lösung, mit Kochsalz wurden die Adern ausgewaschen und dann mit einer Lösung aus Glycerin und Formalin wurde eingeführt. Er hat immer gesagt, um 7 Uhr, am Morgen um 7 Uhr war schon wieder alles fertig, die Leichen aufgebahrt. Und am frühen Abend des 29. Juni wurden die Särge geschlossen und der Trauerzug bewegte sich Richtung Bahnhof. Nun stand die gesamte Garnison unter Gewehr. Bereits an dem Unglückstag hatten die Soldaten eingreifen müssen, als ein wütender Mob serbische Geschäfte plünderte, das dem reichsten Serben der Stadt gehörende Hotel Europa verwüstete und Chaos und Zerstörungen der kommenden Jahre ahnen ließ. Den Attentätern und ihren Komplizen wurde im Oktober 1914 der Prozess gemacht. Drei wurden gehängt. Weil Prinzip und Schabrinovic noch nicht großjährig waren, erhielten sie 20 Jahre schweren Kerkers. Sie wurden in die böhmische Festung Theresienstadt gesperrt. Beide sind dort an Tuberkulose und Unterernährung gestorben. Schabrinovic 1916 und Prinzip 1918. Im neuen Jugoslawien erhielten die Attentäter ein Heldenmausoleum am Sarajevoer christlichen Friedhof. Ein Monument voller Zwiespalt und Zweifel. Denn prinzipsmörderische Schüsse waren Zündstoff für einen verheerenden Weltenbrand. Ich glaube, es mag das darin liegen, dass Europa in seinen Strukturen sozusagen so trocken geworden ist, dass ein kleiner Funke nur reichte, um das ganze Haus sofort in Brand zu setzen. Es ist ein Mord, es ist ein Doppelmord. Hätte aber nicht zwingend jetzt dann einen Krieg nach sich ziehen müssen. Was beabsichtigt war, das war die Bestrafung Serbiens. Wenn man unmittelbar nach dem Attentat, sagen wir, Belgrad handstreichartig besetzt hätte und der Serb sagt, so jetzt möchten wir also Genugtuung haben, ihnen aber gleichzeitig auch einen Weg gezeigt hätte, wie sie sich von der Sache absetzen könnten, dann hätten wahrscheinlich die europäischen Staaten das noch hingenommen. Das Drama natürlich sind gewesen dann die wild gewordenen Generalstäbe. Und zwar überall, das hat uns in diese Katastrophe hineingeführt. Es läuft dann ein militärischer Mechanismus ab, der für politische Interventionen kaum mehr einen Platz lässt. Noch ahnte kaum jemand, was den Völkern Europas bevorstand, als die K&K-Marine den Opfern von Sarajevo in Triest jener Ehren erwies, die ihnen in Wien auf peinliche Weise von einem schikanösen Huf zeremoniell verweigert wurde. Denn die Gemahlin Franz Ferdinands war ihm selbst im Tode nicht ebenbürtig. Für sie wäre daher auch in der Kapuzinergruft kein Platz gewesen. Darum hatte der Erzherzog schon 1909 eine gemeinsame letzte Ruhestätte auf Schloss Arztstetten in Niederösterreich errichten lassen. Dort wurden Franz Ferdinand und Sophie am 4. Juli 1914 feierlich zu Grabe getragen. Zurück blieben die drei Kinder, Ernst, Max und Sophie. Die Gruft sei ein heller, luftiger Ort, wo ich die Vögel singen hören kann, hatte der Erzherzog einmal bemerkt. Die Inschrift unter den Sarkophagen zieht die Summe des Lebens dieser ersten Gefallenen des großen Krieges. Verbunden durch die Ehe, vereint durch dasselbe Schicksal. Untertitelung des ZDF, 2020